Hey Leute, Andi hier und herzlich willkommen zum Jubiläumspart von Corpse Party. Das ist Part Nummero 20 und wir werden jetzt erkunden, was in der komisch aber wahr Geschichten vom Okkultismus-Dokument drin steht. Und mal als ganz kurze Präambel am Anfang. Ihr dachtet, ich stresse mich, wenn ich am Donnerstagabend vorher aufnehme. Aber wir haben zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade 17.15 Uhr am Freitag. Das heißt, der Part muss in 2 Stunden 15 oben sein. Das heißt, wenn ihr das jetzt gerade seht, habe ich den Part von 3 Stunden gerade aufgenommen. Von daher, fresh Leute, Zeit für Wochenende. Gott sei Dank. Nee, aber ich habe es vorher einfach nicht gebacken bekommen, den Part aufzunehmen. Und dachte mir, das regeln wir einfach mal jetzt. Und gleich, wenn ich den Part aufgenommen habe, habe ich noch 2 Stunden 15. Und den 2 Mal zu schneiden, weil ich muss einmal die Webcam schneiden, dann die Webcam in das Video schneiden. 2 Mal zu schneiden, hochzuladen und ich hoffe, dass das alles funktioniert. Das heißt, wenn dieser Part pünktlich kommt, dann habe ich alles richtig gemacht. Ansonsten, wenn er zu spät kommt, meine Freunde, es tut mir leid. Aber von daher starten wir doch direkt mal rein. Und hier steht, dass das ein Follow-Up-Report ist. Also ein weiterführenderer Report von dem, den wir schon mal gelesen haben. Von daher, let's go! Jawohl, den wollen wir lesen, Freunde. Komikawa, Geschichte vom Okkultismus. Wir jagen nach der versteckten Vergangenheit der verfluchten Schule. Des verfluchten Schulbildings. Das ist der Nachfolger-Report. Reden wir ein bisschen mehr über Yoshikazu Yanagi-Hori. Yanagi-Hori, ja. Der geliebte Sohn vom Schulleiter Takamine Yanagi-Hori. Das war ein Fünf-Wort oder so, da ist ein ganzer Satz, der hier steht, ey. Der war, glaube ich, also dieser Mann war der geborene Einleiter. Er war vollkommen pur von der Seele her. Er war ein einfacher Mann. Er hat das Zepter genommen so schnell, wie er konnte und hat seine Pflichten super erfüllt. Ich glaube, es geht jetzt um den Schulleiter gerade, ne? Aber als seine Krankheit, äh, ihn angeschlagen hatte, äh, wurde, wurde seine, seine gewinnende Persönlichkeit nach und nach, äh, ging sie weg, äh, und dieser, dieser pure Instinkt kam, was auch immer, das ist damit gemeintes, Freunde. Äh, er hat langsam, äh, jede, jedwede Art von Identität verloren. Also, jeden Sinne seiner Identität. Okay. Auch wenn, äh, der Grund seiner Krankheit, äh, immer noch ungewiss war, waren das auf jeden Fall nicht die Auswirkungen, weil die hat man gesehen. Um es einfach zu sagen, wurde, äh, hat der, äh, dieser, dieser gute Lehrer sich immer weiter zurückgebildet, äh, bis zu einem kindlichen Stadium. Oder reden die doch von dem Sohn? Ich weiß das gerade gar nicht, wen ihn damit meinen. Ich mein, wir wissen ja, dass der, dass der Vater ein Schulleiter ist, aber war der Sohn ein Lehrer? War der Sohn ein Lehrer? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube ja, kann sein, dass sie über den Sohn gerade reden, weil der auch jetzt gerade diese antike Puppe die ganze Zeit mit sich bringt. Ich glaube, die reden über den Sohn, nicht über den Schulleiter. Äh, er hat angefangen, diese antike Puppe die ganze Zeit mit sich zu führen. Ein Memento, äh, von einem, äh, lange vergessenen Festival, vermutlich, was von seiner verstorbenen Mutter ihm gegeben wurde. Okay. Äh, sein Verhalten während der Klasse ist schnell nach unten gegangen. Äh, mehr, äh, also, er hat öfter, äh, die Stunden beendet, bevor er die Stunde überhaupt zu Ende war. Also, er hat den Unterricht beendet, glaube ich. Äh, und er hat die ganze Zeit, äh, der war auf jeden Fall sehr emotional, sagen wir es mal so. Okay. Yoshikazu ist, glaube ich, echter Sohn, meine ich. In Erinnerung, boah, kurzer Gedächtnis, Freunde, was los? Äh, und final, äh, einige Monate vor dem Kidnapping und den Mördervorfällen hat, äh, Yoshikazu den Punkt erreicht, wo er seine Gedanken nicht weiter kommuniziert hat. Auch wenn er die anderen verstanden hat, die um ihn herum waren, hat er es einfach, war er einfach, er war nicht mehr in der Lage, eigene Worte zu formen, ohne dabei sich darauf zu fokussieren, was er überhaupt sagt. Aufgrund der Beweise, die gegen ihn vorlagen, wurde Yoshikazu Yanagi-Hori, äh, festgenommen, wegen, äh, mehrfachem Kidnapping-Mord, und ich glaube, Desecration heißt, dass er die Leichen auseinandergeschnitten hat, also so unter anderem halt, ne, wie zum Beispiel der Kopf von dem einen, der gefehlt hat, dann hat die Zunge mal gefehlt und so, ich glaube, das meinen die mit Desecration. Aber aufgrund seines mentalen Zustandes war er niemals in der Lage, äh, seine, seinen Anteil an diesen Taten zu gestehen, oder sie überhaupt mit irgendeinem der, äh, Autoritäten zu bequatschen, also der Polizisten oder so. Alles hing ab von, äh, dem Geständnis eines einzigen Überlebenden, äh, und zwar Sachiko Shinozaki, Alter Sieben. Kennen wir die nicht? Moment mal, wir kennen doch Sachiko! Ja, um, äh, um die Wahrheit hinter dieser wenig, äh, wissenschaftlichen Sache rauszufinden, habe ich natürlich versucht, äh, die Spur dieses kleinen, mysteriösen Mädchens aufzunehmen. Und ich guck mal gerade, ob das wirklich die ist. Kurzer Cut. Okay, Sachiko Shinozaki ist auf jeden Fall nicht das Mädchen, was ich dachte, was es ist. Es ist ein Mädel, was wir, glaube ich, noch nicht gesehen haben. Also ich kannte sie jetzt noch nicht, auch von den Bildern her. Aber es ist nicht dieses okkulte Mädchen, was da, äh, was uns im letzten Part gesagt hat, die muss da und dahin gehen. Weil das war die erste, die ich gerade im Kopf hatte. Die ist es aber nicht. Also Sachiko, glaube ich, ich glaube, wir haben sie einmal ganz am Anfang gesehen. Aber ich denke, wir werden sie, äh, bald wiedersehen. Danke für die Erklärung. Jetzt nicht auf... Warum habe ich gerade gegoogelt? Alter! Äh, die, die sich an die, äh, äh, die, die diese, die, die Fotos gesehen haben, die bei der Geschichte immer mitgeliefert wurden, erinnern sich an Sachiko als das Mädchen mit dem ungewöhnlich roten Kleid. Es ist schwer, keine Sympathie für jemand, äh, für jemand so Jungen zu empfinden, der zuschauen musste, wie andere Kinder ihres Alters, äh, gequält und, äh, ermordet wurden, eins nach dem anderen. Und ich kann mit Bestimmtheit sagen, dass wenn ich, äh, mrs, äh, Shinozaki finde und, äh, mit ihr ein Interview führe, dass es auf jeden Fall, äh, in mir hohe moralische, äh, Zweifel geben würde, daran, diese schmerzhaften Erinnerungen wieder hochzuholen. Aber wer ist das dann, wenn sie jetzt schon erwachsen ist? Das sagt er nämlich gerade. Aber dann muss man doch sagen, dass sie mittlerweile eine, äh, erwachsene und hoffentlich, äh, angepasste Erwachsene ist. Die, äh, die, äh, die, also, die ist schon seit zehn Jahren auf jeden Fall eine Erwachsene. Kennen wir sie dann? Okay. Äh, mittlerweile kann sie vielleicht auf diese schrecklichen, äh, schrecklichen Ereignisse mit Objektivität zurückblicken und ein, äh, besseren, ein besseres Statement geben über die Tage, über den Tag, als es passiert ist. Shinozaki, omae, honto a zio kattandana, warte mal, sie heißt auch Shinozaki? Blot-Twist, Bitches! Deswegen nett ist sie auch gerade, Shinozaki, um das nochmal, Alter! Ist das ihre Schwester? Was? krass! Ich finde es krass, dass auch gerade keine Musik spielt und ich hier gerade sitze und im hier alter Falter, okay? Ich bin beeindruckt, Shinozaki. Du bist weitaus stärker, als ich gedacht hätte. Du hattest echt keine Angst, um ehrlich zu sein. Aber das ist Ayumi, Shinozaki, oder? Die hatten ja gerade den kleinen Jungen, falls ihr euch im letzten Part daran erinnert. Dem wir ja die Zunge, glaube ich, wiedergegeben haben. Aber alter Falter, ist das echt ihre Schwester? Ich weiß, die haben auf jeden Fall über ihre Schwester mal geredet. Aber ich wusste nicht, dass sie das ist. Und Ayumi hat ja auch nichts darüber erzählt. Nach dem Motto, ey, das ist ja meine Schwester gewesen. Also, ja, raste aus, Alter. Hier ist irgendeiner gerade übertrieben seine, äh, seine, äh, seine Honking hier am Auto. Wie heißt das denn? Die Hoopets am Betätigen, Alter. Englisch, Deutsch, schwierig. Ähm, nein, ich hatte einfach totale Angst. Mein Gehirn versucht immer noch, äh, hieraus irgendeinen Sinn zu formen. Okay, aber schau, der Geist ist weg. Ich glaube, wir haben es geschafft, ihn zu erlösen. Bist, bist du okay? Du solltest vermutlich dir erstmal die Tränen abwischen und dir die Nase putzen. Und dir das Blut vom Arsch wischen. Was zur Hölle? Nicht an meinem T-Shirt! Äh, da sind Vorhänge. Hätte man vielleicht auch machen können. Äh, hab ich dir nicht gesagt, dass du solche Dinge nicht sagen sollst? Wie alt bist du? Zwei? Mann, das ist echt eklig. Das ist nicht gut. Sie ist normalerweise nicht so. Sie wird gerade wie ein Kind. Dammit! Nein! Du hast jetzt nicht diese beschissen selbe Krankheit wie der Mörder, alter Falter. Jetzt machen wir keinen Plotzwist, dass das Opfer, dass die Schwester des alten Opfers jetzt der neue Täter ist. Alter Falter, für diejenigen, die jetzt gerade im Freitagskoma sind und jetzt gerade sich fragen, Alter, was ist los bei dir? Warum rastest du auf einmal so aus? Wir haben vorhin gelernt, um es nochmal ganz kurz zu recappen, dass der Täter eine Krankheit hatte, wo er in ein kindheitliches Stadium gegangen ist. Und das einzige überlebende Opfer ist ihre Schwester, also Ayumis Schwester. Alter Falter! Und sie ist ja, wie gesagt, die Schwester und sie hat davon nichts mitbekommen, oder zumindest wissen wir als außenstehende Person nichts davon. Und sie hat ja gerade die Nase geputzt und er hat ja gesagt, okay, wie alt bist du? Zwei? Du bist normalerweise nicht so. Und das ist genau dieses Profil, was der Täter gehabt hat, bevor er irgendwann so geknackt hat. Und ich wette, dass es bald dann der Punkt ist, dass sie ihre Gedanken nicht mehr kommunizieren kann, weil das der nächste Schritt in der Krankheit ist. Und danach rastet sie aus. Bin ich mal gespannt, ob das der Fall ist oder ob wir das irgendwie abwenden können. Aber ich glaube, dass dieser Satz, she's normally not like this, also sie ist normalerweise nicht so, schon in die Richtung deuten soll. Können wir uns jetzt bewegen? Oh yeah! Wir können dafür mal speichern, Freunde! So! Aber ich frage mich immer noch, wo ich hingehen soll. Vielleicht? Übrigens, bester Kaffee von Lidl ist der, glaube ich. Ich bin ja eh allgemein, ich glaube, ich kenne mittlerweile jeden Eiskaffee, den man in irgendeinem Supermarkt irgendwo in Deutschland kaufen kann. Und ich muss natürlich sagen, ich bin ein großer Fan von Vanilleeiscafés. Das ist einfach brutal gut. So, wo müssen wir überhaupt lang jetzt? Ich kann ja nicht lang gehen. Stimmt ja, wir können die Kleine ja nicht mehr sehen. Jaja. Jaja, warum musst du nicht so sterben? Bla bla bla. So, die Frage ist aber jetzt, speichern wir hier, genau, wo, meine Freunde, wir hin müssen. Können wir hier lang? Müssen wir hier lang? Ja, die Luft war sehr schwer. Ich finde, Ayumi ist gerade so richtige MVP, weil sie im Prinzip große Bereiche für uns einfach sagt, nee, da gehen wir jetzt nicht hin. Freut mich, das gibt mir deutlich weniger Möglichkeiten, wo ich lang kann, was ich relativ geil finde. Wir kamen von da unten heiß, wir haben jetzt drei Möglichkeiten. Wenn wir dich ansprechen, quatscht so eh wieder nur dieselbe Scheiße, genau. Hier runter können wir, glaube ich, nicht, dass wir wieder dieser Haupteingang, der sowieso wieder zu ist. Okay. Meine Güte. Okay, Moment Da wo der Floor Collapse ist Aber wieder ganz Meine Fresse, ich schreibe jetzt auf einem Duplo Papier, weil ich nichts anderes Zum Schreiben habe Boah, so, was haben wir denn hier Diese Rätsel Einmal Rooster Zehnmal Ratte Rooster Werd letztes Mal, ich glaube zuerst Pferd Und danach Rooster, das heißt Rooster ist links Und Rat ist auf jeden Fall Nicht runter, das heißt Red macht auch keinen Sinn, dass es rechts ist Also Red vermutlich oben Würde ich jetzt mal so Mir erschließen, Freunde Wo ist denn der Floor Collapse Aber wieder ganz Da rechts kann es nicht sein, da kann es nicht sein Also achten wir einfach mal drauf Wo wir vielleicht ein Brett Wow Alter Falter Wo kommst du denn her Die würde uns auf jeden Fall Richtig weg snacken, Freunde Äh, vielleicht ist es hier irgendwo Oh yeah, Boy Oh yeah Das ist vermutlich die Stelle Das heißt Einmal Rooster, das war links Und zehnmal Red Das ist nach oben Also einmal Rooster Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Sieben, acht, neun, zehn Ja, Boy Meine Güte Das läuft fantastisch So, ich mach mir jetzt mal gerade auf meinem schönen Duplo-Papier hier Schreibe ich mir das mal auf So Horse Ist nach oben Warum Rooster Also Hahn Ist nach links Ne, Horse ist nach unten Ich Idiot Horse ist nach unten Rooster ist nach links Ratte ist nach oben Wer kommt auf so eine Scheiße Ich verstehe nicht warum Aber Okay Eins der Balken auf dem Boden Ist leicht erhöht Wenn wir durch den Crack sehen Sehen wir etwas glänzendes Durch den Boden Versuchen wir es rauszuziehen Ja sowas von Was ist es diesmal Unter den Floorboards haben wir Irgendetwa irgendeinen Crank ist sowas wie Wie eine Kurbel Einen kurbelartigen Schlüssel Äh Wie so ein Aufwinder Also so ein Aufwinddingen Von einer alten Taschenuhr Was zur Hölle ist das Scheint als würde das in gar keine Tür hier reinpassen Wow 5 Milliarden Erklärungen Und man hätte auch einfach das Bild zeigen können Ich hätte ansonsten gedacht Dass es dieser Floorboard ist Aber gut Dass als ich über den Crack da gegangen bin Äh Das Ganze so funktioniert hat Okay Womit können wir denn jetzt mal einbrechen hier Ich meine wir haben glaube ich Kein Item Ne die verbruchte Puppe ist ja nur unser Wegweiser Können wir damit Vielleicht den Schalter betätigen hier Jawohl Jawohl Er passt perfekt rein Ja sicher wollen wir den Schalter weiter betätigen Freunde Reiner mit Es hat rein Ist nichts passiert Ah komm schon Speichern wir mal lieber Ja Jawohl Wie sie einen verarschen Ey Wahnsinn Nice Sehr schön So Wie sie einen verarschen Nach dem Motto Ah das geht nicht Dann gehst du hin Drückst du nochmal richtig runter Jetzt geht auf einmal Ist ungefähr so überraschend Wie bei der KVB Wenn äh Wenn auf einmal Schnee fällt Oh Schneeflurken Damit haben wir gar nicht gerechnet Oh Wir haben auch noch Sommergleise drauf Ah viel zu gut Ohne Scheiß So Ja komm mach Ich will speichern So zack Wie lang geht dieses Chapter Freunde Wie sag ich die ganze Zeit Freunde So Diesmal gehen wir mal links Gut dass das hier eigentlich Vorher abgeschlossen gewesen ist Boah Schaut euch mal diesen Ort an Der hat ja duschen Und All den anderen Kram Es tut weh Mach dass es aufhört Oh Gott mein Kopf Blut Shinozaki Diesmal aus dem oberen Loch Bist du okay Hast du Wieder irgendwas gefühlt Schon wieder Nasenbluten Wenn es nur ihre Nase ist Dann ist das ja okay Aber wenn irgendeine Ader In ihrem Kopf geplatzt ist Also aufgegangen ist Oder irgendwas Shinozaki Pack dir ein paar Taschentücher In die Nase Und stopp die Blutung Ich mein ich hätte dir Taschentücher Auch geben können Als du dir die Nase An meinem T-Shirt geputzt hast Aber okay Danke Ich hab zwar Meine Ich hab selber welche Aber da du deine schon rausgeholt hast Wieso hast du dann nicht die Dein Ah Der hätte es auch selber benutzen können Und nicht sein T-Shirt Ja mach ruhig Hat der Geist sie erwischt Nein Sie war schon vorher ein bisschen so Ich denke Sie hat vermutlich gerade ihre Grenzen erreicht Sie muss sich ein bisschen ausruhen Wow 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 Not not going to happen Soll ich jetzt zurücklaufen? Glaube ich nicht Ein bisschen scheiße gruselig Hier ist ganz viel Dreckige Unterwäsche Und wo ist denn jetzt gerade Dieser Verfickte Geist hingelaufen Hier ist eine Heißkuloniform Okay Das ist ja Very interesting Aber Gibt es hier sonst Irgendwas Feines? Hier kommt kein Wasser raus Ich glaube Dass das bei den anderen Fearals auch einfach mal der Fall ist Gucken wir mal weiter Das ist ja schön Dass es von den Duschen Direkt zum Pool geht Hier So was haben wir denn hier oben? Beim Pool nicht laufen Oh Okay Oh, ein Pool. Mit dem ganzen Regen kann ich noch nicht mal die andere Seite sehen. Okay, los geht's. Shinozaki, das klappt nicht. Wieso nimmst du die Puppe nicht? Wieso nehme ich die Puppe nicht für ein bisschen? Sie hat die Puppe die ganze Zeit gehabt. Deswegen auch die Symptome. Kann das sein? Oder liegt es an der Puppe? Weil in dem Bericht stand ja, dass die Krankheit ungewiss war, aber seit die Puppe bei dem Typen war, ist er so crazy geworden. Und wir haben ja gerade erfahren, dass Shinozaki die Puppe noch hat. Und es macht Sinn, dass die Puppe der Grund ist, warum diese Krankheit weitergeht. Wisst ihr, was ich meine? Denn es kann auch ganz gut genau sein, dass wenn sie jetzt ihm die Puppe gibt, er anfängt, diese Symptome zu kriegen. Und dass die Puppe der Grund dafür ist. Und ich hoffe, dass ich nicht schon wieder in ein Bad Ending stecke. Meine Fresse! So. Komm, du holst dir doch nur den Tod hier draußen. Geh wieder rein und gib mir die Puppe. Ich schaff das schon mit dem Suchen. Warte einfach für mich bei den Schließfächern. Und was passiert, wenn ein Ghost wieder auftaucht? Wenn ein Geist wieder auftaucht, denkst du, du schaffst das alleine? Mach dir keine Sorgen um mich. Wenn irgendwas passiert, dann ruf ich dich. Und dann kannst du für meine Rettung kommen. Jetzt geh und gib ihm die Puppe, verdammt! Okay. Aber mach nichts Dummes, okay? Haben wir jetzt die Puppe erhalten? Danke. Also, danke. Hast du irgendwas gesagt? Die beiden sind auch irgendwie süß zusammen. Ich muss die Last irgendwie versuchen, vor ihren Schultern zu nehmen. Ich glaube, dass sie nicht mehr viel aushält. Können wir wieder laufen? Jawoll, Ski! Wie lange sind wir eigentlich im Part? Boah, der Part ist gleich vorbei. Was ist da los? Hör mal. Wir haben aber schon einiges geschafft. Das ist essentiell, um den Pool zu füllen. Und das ist unessentiell jetzt mal fürs Rätsel hier. Von daher gehen wir mal direkt mal weiter. Und rasten wir hier so ein bisschen aus. Können wir hier rein? Nein, bestimmt nicht, ne? Was ist mit diesem dreckigen Wasser? Man kann nicht sagen, was unten drunter ist. Was? Okay. Äh, ich würde auf jeden Fall nicht in diesem Pool schwimmen. Ich kann ja noch nicht mal schwimmen. Okay, gut zu wissen. Wird ja gleich in den Pool geschubst und dann stirbt er da drin, oder was? Oh, krass, hier geht's auch noch runter. Was steht hier? Ah, okay. Achtung! Stellen Sie sicher, dass alle Schwimmer vom Pool weg sind, bevor sie das Wasser ablassen. Hier ist ein Schild an der Tür, das sagt Pump Room. Also Pumps sind, äh, wie heißt es auf Deutsch? Das ist so ein Maschinenraum mit den ganzen Pumpen und so. Die Tür ist verschlossen. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Okay, aber hier liegt auch nirgendwo ein Schlüssel rum. Kann das sein? Bin ich doof? Bin ich nicht doof? Ich bin doof, oder? Ja, da ist der Schlüssel doch, ihr Pissnelken, ey. Hier ist ein Schlüssel zwischen dem, äh, zwischen zwei Kacheln. Sollen wir den mal rausziehen? Ja, sichi. Das nenne ich mal convenient. Was, was? Ah, komm schon, gib mir mal ne Pause! Ich wette, wir müssen in den Pump Room. Wir haben da oben nämlich jetzt ne Zeit, die am Ticken ist. Was? Schnell rein hier. Ja, geh mal hier auf den Sack, ey. Lass mich hier rein. Die Zeit läuft weiter, aber ich kann das nicht lesen. Äh. Okay. Ich hab leider diesmal keinerlei Zeit, das Ganze zu übersetzen. Ja. Wie wär's denn? Was? Hier. Mach, komm schon. Wir müssen schon noch zu anderen Wasserpumpen oben laufen. Was passiert? Irgendwas ist im Abfluss stecken geblieben. Warum habt ihr mir dafür jetzt ein Zeitlimit gegeben, ey? Irgendwas steckt auf jeden Fall im Abfluss. Ach du Scheiße! Das ist Shinozaki. Das ist Shinozaki. Wieso? Wieso ist es passiert? Shinozaki? Nein, Shinozaki! Habe ich's jetzt verkackt? War das jetzt das Wrong-Ending? Und ich hab noch gespeichert. Ich Idiot! Gut, dass ich noch anders gesaved habe. Von daher, äh, das soll's jetzt erstmal... Nein, ich möchte die Systemdata nicht laden. Oder doch speichern ist am besten, glaub ich. Machen wir jetzt ganz einfach mal. Shinozaki ist gestorben und ich weiß nicht, woran's liegt. Ich meine, ich weiß, dass das Schild da stand. Ey, sorg dafür, dass mal die ganzen Mitarbeiter draußen weg sind. Und ich habe, glaube ich, auch eine Vermutung, was wir machen müssen. Ähm, ich hab leider ein bisschen weiter vorher gespeichert und hab leider mein Quicksave gemacht, nachdem ich das Wasserrätsel dachte, dass ich's gelöst habe. Weiß ja nicht, dass Shinozaki da direkt mal so'n Körper reinmacht, weißt du? Äh, von daher, machen wir's so. Für den nächsten Part spiel ich's nach. Ich denke, ich muss erstmal oben zur Wasserpumpe. Und vielleicht da was machen. Dann runter, Wasserpumpe, und dann wieder hoch oder sowas. Äh, weil das ging mir gerade auch ein bisschen zu einfach. Von daher, machen wir's so. Im nächsten Part gönnen wir uns nochmal ein bisschen das Rätsel. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen was gelöst. Ich schnibbel den Part in Windeseile. Der ist jetzt vielleicht ein bisschen kürzer, dafür machen wir nächste Woche ein bisschen länger. Äh, aber ich will euch auf jeden Fall den Part um 18 Uhr, ähm, um 20 Uhr geben. Und ich find's super geil, wenn ich so Kommentare lese, wie zum Beispiel, hab ich, glaub ich, im letzten Part schon gesagt, aber ich find's immer wieder geil, nach dem Motto, hey, geil, wieder Freitag, neue Kopf-Party-Part. Und das ist so der Moment, wo, weswegen ich auch jetzt mich noch so zwei Stunden vorher dransetze nach einem harten Arbeitstag und sage, scheiß drauf. Die freuen sich auf einen Freitagspart, dann bringen wir auch einen Freitagspart. Von daher, ich geh jetzt mal schnibbeln. Geil, dass ihr wieder dabei wart. Und wir sehen uns im nächsten Part, wo wir dafür sorgen, dass Shinozaki nicht Fischfutter wird, Freunde. Von daher, haut da rein, genieß das Wochenende. Ciao, ciao!